Olaf Scholz hat sich offen für eine Debatte über eine allgemeine Impfpflicht gezeigt. Ausschließen darf man nichts, sagt er Mittwochabend im ZDF. Mit dem ersten Schritt sei auch die Debatte über den zweiten eröffnet, fügt er mit Blick auf die von den Bundesländern gewollte Teilimpfpflicht für Personal, etwa in Pflegeeinrichtungen hinzu. Auch die deutsche Grünen-Chefin Annalena Baerbock wollte eine allgemeine Impfpflicht nicht ausschließen. Zusätzlich zu einer Impfpflicht für bestimmte Bereiche und Berufe werde mitgeprüft, was es braucht für eine allgemeine Impfpflicht, so Baerbock in den ARD-Tagesthemen. Dafür müssten rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Co-Parteichef Robert Habeck unterstrich zuletzt, dass eine Impfpflicht den derzeitigen rasanten Anstieg der Corona-Infektionen nicht stoppen könnte. Die morgen eingeführte Impfpflicht löst für übermorgen exakt null Probleme, wird Habeck im ZDF zitiert. Er fügte aber hinzu, dass die Impfquote zu gering sei und sagte, wenn es immer nur ein Pendeln zwischen Lockdown und Öffnung gäbe, trotz der Möglichkeit zu impfen, dann würde man sich dieser Debatte annähern müssen. FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich hingegen deutlich zurückhaltender. Die Impfpflicht sei gegenwärtig keine Option, die bereits politisch von einer Regierung oder werdenden Regierung geprüft wird. Lindner sprach sich dafür aus, erst einmal abzuwarten, wie sich Verfassungsrechtler darzustellen. Denn das Vorhaben bezeichnete er als hoch umstritten. Der deutsche Arbeitergeberpräsident Rainer Dulger hat sich hingegen einer Impfpflicht gegenüber offen gezeigt. Man setze auf Dialog und Überzeugung, daher sei eine gesetzliche Impfpflicht immer nur die zweitbeste Lösung. Sie dürfe aber nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Die Wirtschaft könne der Politik diese Entscheidung allerdings nicht abnehmen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hatte die Ampelparteien bereits dazu aufgerufen, bis Anfang Dezember eine Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen umzusetzen. Die sich bildende Ampelkoalition müsse jetzt schnell handeln, so Reinhardt im Handelsblatt.